Ich grüß euch Kinder, das ist der nächste Trailer und wir haben, was haben wir denn heute wieder, den 19.06.2020, ja, ihr sehtet hier, es geht los, es wird jetzt hier agribis geforscht und Gott sei Dank, das macht mich wirklich glücklich und zufrieden, dass da bald die Ergebnisse feststehen, der Tübinger Impfstoffstudie, im Sommer soll das passieren und da musste ich jetzt im Hauptfilm natürlich auf jeden Fall vornehmen, lauter Freude darüber machen und auch, dass ich mich ein bisschen getäuscht habe in dem Robert Haverbeck oder wie er heißt da von der Grüne Partei, der jetzt echt gucken möchte, dass auch Menschen, die ein altes Handy haben, ja, oder sonst was, das muss hinhauen, dass die alle diese App bekommen, also zwei erfreuliche Dinge an einem Dach, was will ich denn für heute noch mehr? Ihr könntet dann natürlich gucken bei Bitchute, bei VK, die sich den Trailer dann aufrufen, bei Webnews.tv, müssen sich natürlich den entsprechenden Link wieder kopieren, in die Browserzeile reinfügen und ab damit und dann freue ich mich auf euch gleich im Hauptfilmchen, tschüss!